Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer RevepeatLP. Wir sehen uns wieder im Tempel, bei dem man, oder in dem man zweimal gewinnt, ja. Ein zweifach gewinnender Tempel sozusagen. Wir haben es also geschafft, noch ein Viertelherzhammer. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was unsere Belohnung ist für den scheiß Tempel. This must be the, what be the, what the sage talked about. Was hat denn? Erstmal den Herzcontainer, der ist natürlich wichtiger. Danke. Harp. Ach, das ist ein Hafe. Ey, Hafe, was geht? Hm. Gut. Ja. Ja. Aha. Was? I'm being pulled away. Better make sure didn't forget anything. Hab ich schwarz vergessen? Ah. Äh. Was soll den I? Äh. Better make... Ja, ja. Wow. Yeah. Wo bin ich jetzt? Wow. Wow. Yo. Okay. Okay. Wir sind also wieder zurück. Das ist interessant. Wir sind zurück. Okay. Du Arsch. Ah. Entschuldigung. Okay. The seal is fading slowly. I will bring you back to the chamber. Yo. Wow. You have failed? Was? Wie bitte? You were supposed to bring the instrument here, not to the prison. Sagst du mir das wieder, oder was? Ja. Wenn du mir keine Wahl lässt, was kann ich denn dafür? Jetzt hör auf zu meckern und bring mich zum nächsten Tempel, Kollege. What do you mean you were brought here? There. Ja, keine Ahnung. Ich bin hier, um Smalltalk zu führen. Oh no. The seal is already waiting to the point. Well, you can't... We are waiting to... Yo. And you just made it worse. For now all you can do is continue. We will try to fix the mess you caused. Ja, geil. Super. Danke. Ja, super. Toll. Okay. Dann hätte ich jetzt... Moment mal. Hätte ich da oben... Da oben... Das haben wir gemacht. Da haben wir das Item geholt. Da oben waren wir drin. So. The shadow... The shadow ist der nächste. Aber vorher würde ich gerne zu dem Merchandise, Mann. Ich muss nämlich meine Rüstung vervollständigen. Ich hab jetzt genug Kohle, um mir das voll zu holen. Ja, gib mal her mit der Hose so. Zack. Und Schuhe nehm ich auch noch mit. Guck mal. Ist das nicht geil, Leute? Wir haben jetzt ne komplette Diamant-Rüstung. Heißt, wir sind jetzt das OPste vom OPsten. So, was wieder? Ja. Kuchen nehm ich mit. Ja, Cookie. Nicht so. So. Was gibt's hier noch? Ja, da hab ich da auch schon das heftigste Schwert, oder nicht? Am Bogen. Ja. Warum eigentlich nicht? Kann man ja mal machen. Ja. Ja. Zieh dir das rein, Leute. Ich hab'n Bogen. Zieh euch das rein. Ich hab'n Bogen gekauft. Ja. Ich hab'n Bogen gekauft. Geil. Okay. Warum und wofür ich den brauch, weiß ich zwar noch nicht. Aber bring mich mal zurück, Cookie-Mensch. Wie? Ist kein Bock? Düm-dü-dü-dü-dü-dü. Alles klar. So, Water-Sage haben wir gemacht. Bei dem Feuerfritzen waren wir auch. Was ist mit dir? Ich muss hier hin jetzt. Bist du ready? My buddy is ready. Wie komm' ich da rein? Gar nicht. Warum komm' ich da nicht rein? Kann mir das jemand beantworten? Es ist vielleicht vorbei. Es ist zu Ende. You may never enter here. Leave. Ah! Da oben! Ey, ich hab's dich gesehen, Junge. Ja, ja. Ja, und jetzt? Toll. Gut. Und jetzt? Das ist eine interessante Frage. Das ist echt interessant. Das ist interessant. Ich glaube, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Ich wüsste nicht, wie. Ich wüsste nicht, wo. Und ich wüsste auch nicht, wie. Ich glaube nix. Nee, ich glaube, wir sind fertig, oder? Ich frage mal Leute im Chat. Habt ihr ne Ahnung? Habt ihr ne Ahnung, wo ich hin könnte, eventuell? Hier oben drauf noch. Hier oben drauf noch. Oder muss ich irgendwie fachmännisch mich da hoch, äh? Ah, ich hab das sogar geschafft. Ich hab gar nicht mit gerechnet. Nee, hier oben ist auch nix. Ja. Nee. Ich soll Maggi trinken. Ah, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir sind durch, Leute. Ich glaube, das war's von, äh, Seal of Time. Denn er sagt ja hier, ich will die, werde das niemals entern. Und ich glaube, hier geht's noch nicht weiter. Denn wir haben alles, wir haben im Grunde ja alles gemacht. Was, was es jetzt hier gibt. Das Shadow Sage, oder was gibt's hier noch? Das, äh, Shadow Sage wird das Einzige, was wir noch machen könnten. Hier ist nur das Item. Im Feuer waren wir drin. Die Scheiße hab ich jetzt auch abgeschlossen. Da geh ich auch nie wieder in meinem Leben rein. Ja, was hat er zu sagen? We need help here. Right now. Das kann überhaupt nicht sein, Junge. Welcome. Enter if you can. Ja, ja. Nee, ich würd sagen, das war's dann. Das war's von Seal of Time, Leute. Und, äh, machen wir nochmal ein schönes Abschlussbild. Wenn irgendjemand von euch mir in die Kommentare schreibt, ja, TT, du musst das und das machen, da geht's weiter. Dann werde ich das auf jeden Fall gerne noch wahrnehmen. Warum? Ey, guck mal. Es wurde dunkler beim Foto. Normalerweise musst du doch heller werden, damit ich Cheese machen kann. Naja, gut. Wenn irgendjemand schreibt, ey, da und da geht's noch weiter, macht das, da ist, äh, Beste und so, dann mach ich das natürlich noch. Aber ich wüsste jetzt spontan wirklich nicht, wo ich lang gehen soll hier. Wir haben meiner Meinung nach alles gemacht. Und insofern kann ich mich nur bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Vielen Dank. Ey, was ist das denn jetzt? Auf einmal ist hier, what the fuck? Was geht denn hier ab? Ey, hallo? Ich hab gar nichts gemacht. Immer wenn ich ein Bild mache. Guck mal jetzt. Hä? Was? Das Spiel ist, ja, das Spiel ist komisch, Leute. Das macht mir Angst langsam, das Spiel. Das macht mir, das macht mir wirklich Angst. Da will ich auch, am besten will ich damit gar nichts zu tun haben. Ne, ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im nächsten Projekt. Das steht nämlich schon in den Startlöchern. Ich weiß schon, um was das gehen wird. Ich weiß schon, welche Adventure-Map es ist. Und es wird ein Adventure-Map sein, den ich selber noch nie gespielt habe. Also ganz neu, ganz frisch. Und, äh, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Grapplepeat. Tschüss.